Die Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten trifft sich anlässlich der Jahrestagung 2018 in München. Perfekt vorbereitet geht Fujifilm in diesen Kongress und präsentiert gleich ein ganzes Quartett neuer Endoskope. Fujifilms Marketingleiter für Medical Systems Deutschland, Ronald Krieger, weiß, wie man die Nutzer überzeugt. Was wir zeigen, ist einfach nicht nur das Gerät und wir erzählen auch nicht einfach nur, es ist toll, sondern der Arzt kann es hier direkt auf dem Stand testen. Einer dieser Experten ist der Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Dr. Jochen Weigt. Er durfte das neue Duodenoskop von Fujifilm bereits testen und gibt seine persönliche Erfahrung direkt an die Kollegen weiter. Es gibt mehrere Vorteile. Und zwar ist das einmal natürlich, dass wir diesen neuen Handgriff haben mit den neuen Ventilen und natürlich die Sache mit dem Albaranhebel, dass der die Drähte fixiert. Also das musste kommen, es ist jetzt gekommen und es ist technisch gut gelöst und auch zuverlässig. Auch nach vielen Anwendungen, also wir haben jetzt mehrere hundert Untersuchungen damit gemacht, ist es so, dass es immer noch gut hält und zuverlässig ist. Der Austausch genau dieser Erfahrungswerte im Expertenkreis macht die DGVS-Jahrestagung so wertvoll, das Fujifilm-Team noch stärker und davon profitieren am Ende wir alle.